Margaröte, hier bin ich und befreie dich aus diesem Drecksloch. Faust, Faust, Faust! Mein Name? Faust! Ja? Faust! Bist du, äh... Bist du blind? Ja! Äh, ich meine nein! Ja, egal, komm mit, bald fängt es an zu dämmern. Ach, ich bin viel zu jung, um zu sterben. Aber wieso habe ich auch mein Kind getötet? Margaröte! Moment, nur du musst übrig bleiben. Hä? Also, meine Mami bekräbst du am besten Platz, den du finden kannst. Mein blöder Bruder wird sicher nicht beleidigt sein, neben ihr zu liegen. Aber um Himmels Willen in einem eigenen Grab. Sonst fangen die beiden schon wieder zum Streiten an. Die beiden sind tot. Ja, stimmt ja. Jetzt leide ich schon an Alzheimer. Ja, also in einem eigenen Grab bitte. Mich etwas beiseite, wenn es recht ist. Okay. Aber mein Kind zu mir ins Grab. Wenn es älter ist, bekommt es ein eigenes. So, jetzt verschwinden wir aber. Sehr pflegebedürftig, so ein Grab. Stand im Internet. Was ist das denn? Ach, nur so eine Vision aus der Zukunft. Jetzt hat sie noch Halluzinationen. Ach ja, heute ist ja mein Hochzeitstag. Wie bitte? Was will der denn hier? Wer? Ich? Ja, du. Ihr könnt hierbleiben. Ich verschwinde. Was? Ich auch? Ja, du kannst auch da bleiben. Ratte sich wackeln! Der ist doch nicht heilig! Tötet sie! Hallo? Erhört mich jemand? Geh! Geh! Weg hier! Verschwinde! Ksch, ksch! Was ist denn hier los? Komm, das ist unsere Rettung. Nein, ich will bleiben. Komm, lass sie liegen. Die ist nichts wert. Rettet mich vor diesem Biest! Hilfe! Komm, wir nehmen die Pferde. Spinnst du? Ich bin doch nicht lebensmüde. Komm, die sind doch ganz lieb. Aua, das Vieh hat mich gebissen. Ich habe es dir doch gesagt. Ach, Margarete, wie schlau du doch bist. Das fällt dir jetzt erst auf? Ja, äh, nein. Jetzt bald? Nein. Wie bitte? Ich sagte nein. Gut, dann nehmen wir eben nicht die Pferde. Ich bleibe hier. Der war gut. Ach, das war ernst gemeint. Nicht dein Ernst. Doch, mein voller Ernst. Komm, der Tag bricht an. Lass sie, sie ist sowieso gerichtet. Gerettet. Was? Gerettet. Ernsthaft? Ja, verdammt. Ihr seid heilig. Was sind das für Manieren? Ja, ich weiß nicht gerade die Besten. Da habe ich doch Bessere. Willst du uns drauf ankommen lassen? Nein. Komm, lass uns endlich gehen. Ja, dann muss ich mich nicht mehr mit dieser Göre plagen. Was fällt dir ein? Ja. Vieles. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020